moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf hilos tv eine weitere folge in unserem let's play together format tom clancy's division 2 und wieder mit dabei dieser komische typ der da vor mir steht hallo boin das war scheiße plan für den heutigen tag wir hatten uns überlegt uns hier noch die shd technology behälter zu holen bzw den hier unten und den hier oben den kontrollpunkt hier oben roter drache einzunehmen und dann noch den nebeneinsatz dachgärten zu spielen und von daher werden wir jetzt einfach mal anfangen und in richtung des östlichen dankeschön 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 dank was deine rede tolle rede war so wie das jetzt einfach mal los und dem ich das bau im mund und so eine schnittkante deswegen ist ja auch meine zunge so zerstücke ich ständig diese komische ja aber hier war so ein komisches ding was ich einsammeln wollte kosmetisches t shirt gefunden eine sache erzähl mir mehr oh hier ist eine waffenkiste oh nein geil wow doppelläufige schrottflincher crap covered srs hier ist noch eine waffenkiste das ist natürlich weiß ich was das ist was ist es denn das sage ich jetzt ganz sicher nicht du idiot ja klar hier noch was mitnehmen und da wo hier da hoch runter was noch eine waffenkiste das ist jetzt schon wieder etwas besser was wolltest du danach machen hat sich ich wollte den kontrollpunkt einigen genau im norden ja du musst jetzt mal aufpassen wenn wir da an dem ding vorbei laufen das kann sein dass wir da hart beschissen werden auf die fresse kriegen ich weiß auf jeden fall dass ich mit den anderen charakteren die spiele mir die ganzen sniper und so mal ins lager legen werden wieso die sniper sind relativ selten und was willst du denn damit machen an die chinks weitergeben du hast ja übergreifend für den account hast du ja ein lager ok und wenn du jetzt zum beispiel mit deinem höheren charakter eine level 10 sniper oder sowas hast du dann auf einmal nicht mehr draus aber die halt eine ganze zeit lang ziemlich gut war dann kannst du halt mal kurz die rakete du nicht schießt denn rakete rakete go hallo junge was war das meine kleine rakete und in dein gesicht und in dein gesicht da ist ja da ist ja kommt der was tot oh ja 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 da ist so gut wie da und er ist so gut wie da und da ist er da will ich feuerwerk feuerwerk was hat das schönes dabei nur kacke hallo auch hier kommen die werden hier belagert hier so kollegas die kommen jetzt hier aus dem haus raus auch da kommen die raus stehe ich hier natürlich scheiße dieses aim muss ja mal weg auch noch ein schuss im magazin ich bin so gut das ist ja der boss schützt sich beschützt sich besser ich helfe dir steht die schlampe rechts ist noch einer wo kommen die alle her doch irgendwas da ist noch einer der ist auch tot alles klar alles erledigt brauchst du nichts mehr tun flasche ich habe alles erledigt super toll dann kann ich ja weiter das gleiche was du immer machst diese dosen die sind so buggy das muss den macher noch auffallen das ist auch so ich programmiere das spiel okay alles klar es ist fertig jetzt noch mal kurz den ganzen level ab schau mal wie es so aussieht und das fällt nicht auf wenn ihr diese ganzen dosen rumhüpfen weißt du das ist nicht mehr meine welt weißt du früher war ein computerspiel einfach besser weißt du hier so diddy kong racing und sowas weißt du ja sag ich doch ja ja muss jetzt hier der officer hier muss der officer da hier kommen zu mir ja hör mal auf dich dazu junge schüler eine base der gibt hier welche zeichen und die kollegen vor ihm steht da drüber und denkt sich nur doch du vollidiot das ist es ist mit dem ich habe keine ahnung diese kann ich mit dem sprecher das ist ja sein problem da will ich mir kommen wir gehen weiter ich habe auch fast gar nichts an matz ist auch egal ja nee stimmt wir müssen auch mal hin und wieder also das ist übrigens ein guter tipp wenn ihr am leveln seid und so wir machen jetzt leider gerade aktuell nicht weil wir einfach nur die mission durchknallen wollen für euch natürlich alles 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 für den zuschauer grundsätzlich ist es auf jeden fall immer sinnvoll jede form von ressourcenspots mitzunehmen weil man jedoch tatsächlich relativ zahlenmäßig braucht und da würde ich auch empfehlen die perks relativ früh mitzunehmen für die fertigkeiten punkte dass ihr also mehr materialien tragen könnt ist auf jeden fall absolut sinnvoll da kommt aber mit sicherheit auch noch mal ein gesammertes video zu geile sache wo wollen wir überhaupt hier die sd technologie holen die ist hier unten in der grube erledigt jetzt geht es ab zur mission die neben die mission wird hier gemacht ich habe gerade vom nahrungsmittel und zu reden sammeln die getränke ja mach mir die zone hasse ich ein reh lass das reh in ruhe junge das hast du nicht gesehen wie mich das angestarrt hat ist jetzt so einer oder was echo entdeckt echo entdeckt ja ist dahinter so ein scheiß echo jetzt noch ein pässchen hallo das coole ist wenn man zu zweit gute dass man da tatsächlich die doppelte anzahl bekommen finde ich total crazy oder nicht ja das ist schon verrückt gut hier scheint soweit alles gut wir haben ja alles dann ach ne ich habe ja schon markiert dann geht es weiter zur nebenmission dickes ratzen geballer ich habe noch schlafen kommen soll noch mal oder ich bin ich bin hinter dir brauchen hat ein bisschen länger auch stabilisator mein ehemal ist so könig was hast du denn vor mir kommt er hier zu mir kuscheln der jungen wo müssen sleeper die verfasst haben nie passiert das nie passt das nie passt da oder ist das hier ein bisschen dunkel oder ich habe die glaube ich auch noch nicht gespielt diese mission das die mit den batterien ja ja nein vielleicht muss das meine mutter fahren ich weiß es nicht genau göttliches aim aber ich habe auch was im auge ach sonst hätte ich viel besser gezielt du hast öfter was im auge ne ja ständig auch kiste 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 mein gott hat er mir wieder vertraut der größte fehler den der mensch begegnet wo geht es denn hier in la oh junge du bist so schlecht ne dass dich immer durch diese ganzen spiele carryen musst ja ich will jetzt auch mal ich will jetzt auch mal so dumm tun wie du du bist ja so dumm alle down alle down bevor der flosch überhaupt gecheckt hat dass wir spielen ach hier ist ein seil also der flosch ist auch nicht nur rein physisch langsam ist halt ein breiter typ auch noch vom kopf extrem langsam es ist schon manchmal ganz schön anstrengend ach da ist der flosch hier kommt noch mal hier haben sie sich da holen sie sich doch jetzt in die ohren voll von wegen ich hab doch gar nichts gemacht also ich meine das ist die batterie mission das ist ein glück ist eine special munition genau haha hier ist schon wieder ein toter ab in die wohnung was haben wir hier hier ist nix hier ist auch nix da ist auch nix mal verschieben tschüss let's go was für ein trefferbild hast du mittlerweile eine sniper gefunden? ja nice ich leider nicht nick pfine ich diese fähigkeit die du hast ziemlich geil aber deins war da auch ganz cool gerade das ding ist das ding ist auch also das ist diese hat halt fliegt dann halt auf einen gegner zu und dem glaube ich in die schwachteile der rüstungsteile weg wenn ich mich jetzt nicht komplett aber ich irre mich wahrscheinlich ich weiß wahrscheinlich nicht wovon ich rede ich denke auch ich könnte sein dass ich sogar noch eine schnelle habe ich nehme ich ich glaube es ist die ok teilen danke dir floschi was ist hier los ich muss mich mal kurz verstecken ich muss mal kurz die wache auswählen so sniper kommt auf die zweite position wo ist sie dann jetzt schwächliche schieper stufe 2 ich glaube die umlaufen und sehen wir aber ich weiß nicht von wo kommen hier rechts durch den gang ich will empfangen die noch weiter ok ich bin hinter dir hier rein hier rein ah jetzt geht hier gleich irgendwo ne wand kaputt ja genau die wand ok ich glaube du hast die mission schon zu da kannst du ihn mal töten ich muss nachladen traue ich einmal meinem partner ja dann sowas ja vertraust du dem flaschi bist du verloren ja hier rein gehen sie dahin und bringen sie die sache zu ende auch hier munition munition flaschi wahnsinn auf dem gegen überliegenden dach da findet sich eine wasseraufbereitungsansage den sehe ich nicht von hier ich komme zu dir rüber ist schon fast down sehr gut ist schon down das war zu easy wie das war es schon wieder das war der bus ja wenn du mal gesehen hättest wie ich den von da vorne penetriert habe so gut was war es schon wieder gut 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 da ist irgendwo ein handy unter uns wo sind die denn noch hier am kämpfen was ist denn hier los das ist total irritierend hier gibt es ja wieder vorwärter glaube ich ja also hier noch mal einer karte oben links müsste hier ach nein quatsch ist auch kein handy ist genau das mittel mein gott ich dumm ist der super hier ist noch eine kiste und dann noch eine kiste war es da schon wieder hier ist noch eine kiste ich glaube das war es ich glaube das war es oder ich glaube das war es das war es wir können uns hier noch nördlich ist noch ein bisschen wasser das können wir uns auch noch mal kurz mitnehmen oder ich glaube wir müssen hier viel lang rechts runter hier durch hier durch hier folge mir mein kleiner parlor waren so ein spiel hätte ich auch bock auf so ein star wars die jedi night tolles spiel ja in general night 2 habe ich ziemlich krass gespielt damals ich war auch ziemlich gut was war das ich muss immer nur lachen wenn du diese lügen geschichten immer erzählst ich weiß nicht wovon du gehst ich war in dem spiel echt wahnsinnig gut ich habe schon einen profi vertrag angeboten bekommen von wem von von pg von schalke 04 pg pro gaming true story ne das haben wir uns hier gerade schon geholt oder kann das sein ja du alter pro ja gut das war auch so geplant ich wollte nochmal wir waren ja jetzt gerade ich finde das spiel kannst du auch ziemlich gut wir waren ja jetzt gerade im dunklen hier und jetzt habe ich mir gedacht wir gehen nochmal im hellen hier her um nochmal also da fällt mir nur das ein her ja sorry ich habe mich weggebrotten tschüss 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 hat leider nicht funktioniert dein kleiner dis willst du da denn was willst du da machen ich bin nochmal kurz zum control dingster boomster gegangen ich möchte ihm gerne nochmal kurz ein paar ressourzen geben boah du hast ja fast alles voll gemacht nice dicker ist mal wieder klar dass du mal wieder die ganzen taschen voller schokolade hast äh ich fülle nur mal ach wobei ist eigentlich auch egal ja ich konnte mich richtung siedlung und ich denke mal dann ist auch gleich die folge vorbei weil wir wollten ja nicht nur die shd container holen den kontrollpunkt einnehmen und die nebenmission machen die ja etwas kürzer war als erwartet mit drei minuten durchspielzeit aber das ist halt mein herausragendes aim einfach weißt du ne ist aber auch einfach ist halt einfach mein herausragendes aim da kann man halt einfach nichts anderes zu sagen weißt du ja und projekte sind fertig ich krieg geld okay gut hier sei es fertig stufenaufstieg da kann ja nochmal die kiste aufmachen das christian kenne ich nicht küsstchen 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 oh ne das ist doch nicht kack wacke ach Mist ach Mist ach Mist oh ja oh ah nein gut dann sind wir auch glaube ich schon wieder am ende der folge angekommen wir haben unsere ziele für diese folge erreicht logischerweise ich meine ich war ja dabei das ist ja relativ unproblematisch der floschi hat mich wie immer ein bisschen behindert aber wir haben es ja trotzdem geschafft wir danken euch für euer interesse wir hoffen es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen dann lasst uns gerne ein abo oder einen daumen hoch da würde uns mega freuen oder beides oder von mir aus könnt ihr auch ein megafon in die hand nehmen und das aus dem fenster rausschreien dass es unseren channel gibt da seid ihr ganz offen da könnt ihr ganz offen sein in eurer wahl der mittel auf jeden fall würde ich mich freuen wenn man nächstes mal wieder dabei wäre und in diesem sinne auf wiedersehen tschau tschüss